ich will den nächsten die er will ich mit einer pistole schießen der das wird die sind gar nicht so kacke man kann mit denen ich weit stehen bogen dann wenigstens damit nicht aufstehen dummes ding bogen man schottet eigentlich immer vor allem der kurs ist das ein kurs oder ist kostbar dieses es ist eine armenbrust was habe ich so ein wie wir heißen ja mal ich weiß gar nicht mehr die körper sind ganz alten los die also klassik bitte lauf jetzt nicht davor du lauf jetzt nicht nach links du bist die ok lauf weiter auch okay denn du hast es ein kompon kompon xlp es bewegte nein ich muss ich kann noch ein bisschen weiter nach da das weiß ich nach vorne ich kann noch von hier schießen muss halt nur also das ist ja eigentlich 70 meter ich habe eigentlich mehr angst dass der boden das der boden hier im boden stecken bleibt jetzt packt dann gehe ich nicht ins wasser ich stehe auch gleich auf das muss ja jetzt hier eigentlich reichen nicht stehen ist schon mal attentive 60 meter eingestellt jetzt getroffen jo ja das tut da ist ungefähr nice ja es ist so ehrenlos ne ich schaute da im into a deal with the compound b und der jagdruck ist ja trotzdem jetzt nicht hoch eine seite wieder am boden ich sehe nur leider nicht oder bogen ist der pfeil aber es blinkt zumindest auf der richtigen seite 265,3 das meine ich mit bogen es ist basically genauso wie der diamond den ich vorhin schon geschossen hat genau dasselbe gewalt naja ich nehme trotzdem mit nice 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 nice